Willkommen zu den Horror-News. Heute interviewen wir den MP3-PRDs. Schreckerns! Hallo liebe MP3-Player! Guten Morgen, Deutschland! Äh, wir sind zwar durchsprechend, aber egal, machen wir weiter! Wie heißen Sie denn? Hasso! Hasso! So, und jetzt etwas Werbung. Was halten Sie denn von unseren News? Es ist Hammer, dreht sich artig, unglaublich, Hammer! Uuuuh, das hört man natürlich gerne! Ähm, was halten Sie denn so von Ihrem Job? It's my life! Oh, das ist wirklich sehr vorbildlich! Äh, ja, was machen Sie denn so den ganzen Tag? Und es kichert, wie verrückt, als es deinem Hals zudrückt! Sehr interessant! Seit wann arbeiten Sie denn als Killer? Seit Anbeginn der Zeit. Jetzt einmal zu einem anderen Thema. Wo würden Sie denn gern einmal hinreisen? Moskau, fremd und geheimnisvoll, Türme aus rotem Gold. Ähm, ja, wir haben schon verstanden. Moskau ist wirklich eine äußerst schöne Stadt. Ähm, wie sieht es mir nur Familie aus? Ich fühl mich kalt und leer, ich vermisse dich so sehr. Boah, das tut mir wirklich leid. Wie fühlst du sich denn gerade? Oh, das ist sehr schön. Fahrten Sie Haustiere? Oh, ich verstehe, Ihr Hund ist zweckgelaufen. Das tut mir wirklich sehr leid. Ähm, zeigen Sie uns mal Ihre Opfer. Ich sehe schon, Sie waren fleißig. Aber, haben Sie denn keine Probleme mit der Polizei? Wie wäre es denn mit einer Demonstration Ihrer Mordskünste? Die Nacht war voll. Oh, ich bin es will. Ah, oh, ich bin es will. Ah, oh, oh. Papa? 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 So, das wird auch geregnet werden. Das war's mit den Haren. Und da er nicht in den Himmel aufgenommen wurde, kam er in die Hölle.